Willkommen zu Türchen Nummer 2. Ich hoffe, das erste Türchen hat euch bereits schon zugesagt. Heute die Geschichte habe ich geschrieben und deswegen gibt es natürlich auch direkt mein Lieblings-Pairing. Wobei es vielleicht nicht mehr ganz mein Lieblings-Pairing ist, weil ich letztens eine Kurzgeschichte zu diesem Adventskalender geschrieben habe, wo ich sagte, das Pairing, das hat es mir auch angetan. Also eins meiner Lieblings-Pairings sage ich vielleicht nur noch. Luna und Neville. Mitsprechen tut diesmal Maria und Louis. Unten in den Kommentaren gerne mal schauen auf die Kanäle von den Sprechern. Und dort ist dann auch die Geschichte, die ich geschrieben habe, verlinkt auf meinen WordPad-Kanal, der mal ein bisschen aktiver gestaltet werden sollte. So, jetzt viel Spaß mit der Luna-Story. Mit leicht unbeholfenen Schritten stapfte der griffende Junge die sich im Kreis windende Treppe hinauf. Der Platz zwischen den Wänden war schmal, doch noch schmaler waren die staubigen Stufen, die er bei jedem Schritt nur mit der Hälfte seines Schuhs zu fassen bekam. Dadurch geriet er oft in Straucheln und verschüttete gelegentlich das heiße Butterbier, welches er in jeweils zwei Krügen mit sich trug. Nicht nur die steinernen Stufen zierten eine Verfolgsspur von Flecken, auch sein Oberteil hatte schon einige gut sichtbare Tropfen abbekommen. Er verfluchte sich, wie so oft kein besserer Zauberer zu sein. Wie einfach es hätte sein können, mit einem perfektem Wingardium Liviosa die Getränke neben sich schwebend nach oben zu zaubern, lässig ins Freie zu treten und das Mädchen seiner Träume verführerisch anzulächeln. So wie er es immer bei seinen Mitschülern gesehen hatte. Doch er war eben kein guter Zauberer. Bei seinem Wingardium Liviosa wären die randvollen Gläser auf halbem Wege an den alten Mauern zersprungen und vermutlich hätte er sich an den Scherben auch noch verletzt, sodass er blutüberströmt oben bei ihr angekommen wäre, um anschließend von ihr in den Krankenflügel begleitet zu werden. Dieser hilflose, tollpatschige Junge wollte er heute nicht sein. Heute einmal kein Versager sein, mit dem jeder Mitleid hatte oder er ausgelacht wurde. Heute wollte er wie jeder normale Junge sein. Also trat er nun, ohne jeglichen Zauber gewirkt zu haben, hinaus ins Freie des Turms, bekleckert und mit Herzrasen, ob seiner Aufregung oder der kleinen sportlichen Aktivität unzählige Treppenstufen erklommen zu haben, geschuldet. Vermutlich eine Mischung aus beidem. Es war eine sternenklare Nacht und auch wenn der Dezemberwind in dieser Höhe des Schlosses noch kühler war als ohnehin schon, schirmte die Turmmauer die gröbste Kälte ab. Wenigstens das war perfekt, dachte er bei sich. Auf der Plattform schwebten einige Lichtkugeln wie Glühwürmchen herum und erhellten die Umgebung. Und dann fielen seine Augen auf sie und er wusste, was eigentlich perfekt an diesem Abend war. Sie lächelte ihn an und er konnte sein Glück kaum fassen. Ein kleiner Teil in ihm war sich nicht sicher gewesen, ob sie kommen würde, aber dass sie nun tatsächlich hier oben auf ihn gewartet hatte, sich Zeit für ihn ganz alleine genommen hatte, freiwillig, ließ ihn so dankbar fühlen. Haben dich auch die Schwabbelstreifler im Turm überrascht? Auf dem Boden sitzend, eingekuschelt in eine dicke, bunte Decke, blickte Luna ihn aus großen Augen neugierig an. Ihre Worte ließen Neville aus seiner Starre, in der er sich befunden hatte, erwachen und er setzte sich neben sie. Die was? Er reichte ihr ein wenig ungestickt eins der Butterbiere, während Luna die bunte Decke anhob und diese wie selbstverständlich über seine Beine legte. Der Stoff war durch ihre Körperwärme vorgeheizt und Neville fühlte sich augenblicklich geborgen. Na, die Schwabbelstreifler. Sie scheinen dir ja durch das Butterbier geflogen zu sein und haben dich ganz dolle geärgert. Sie zeigte auf Neville's besprenkeltes Oberteil. Neville zögerte keine Sekunde. Oh, ja, das müssen sie wohl, richtig nervige Tierchen. Luna nickte wissend. Oh, ja, das können sie öfters sein. Aber weißt du, eigentlich sind sie wie wir Menschen. Manchmal wollen wir auch einfach nur jemanden nerven, um ihn zum Lachen zu bringen. Und das haben sie jetzt auch geschafft. Ich musste schon ein wenig darüber lächeln, wie du gerade vor mir standest. Neville's Herz rutschte in die Hose. Genau das, was er unter keinen Umständen bewirken wollte, hatte sich bewahrheitet. Er hatte gedacht, sie würde sich freuen, ihn zu sehen. Dabei hatte sie ihn nur bemitleidet und ausgelacht. Er fühlte sich dumm, wieder so naiv gewesen zu sein, sich vorstellen zu können, für ein Mädchen wirklich interessant und attraktiv zu wirken. Aber der eigentliche Grund für mein Lächeln war und ist natürlich, dass du mich treffen wolltest und tatsächlich gekommen bist. Wie als hätte Luna seine Gedanken gelesen, wandte sich ihr schöner, blonder Lockenkopf ihm zu und die Ehrlichkeit ihrer Worte konnte Neville in ihren Augen ablesen, wie ein beschriebenes Pergament. Ich bin auch sehr froh, dass du gekommen bist, Luna. Luna lächelte breiter und nippte dann fröhlich an ihrem Butterbier. Neville tat es ihr gleich. Es herrschte eine kurze, angenehme Stille, bis Luna ein sehr benutzt aussehendes, gefaltetes Pergament unter der Decke hervorholte. Es schien, als hätte sie es oft aufgeklappt und es sich angesehen, so wie auch jetzt. Neville erkannte augenblicklich seine Handschrift und seine Worte wieder, die er gestern Abend für sie verfasst hatte. Mir hat noch nie jemand eine Eule mit einem so lieben Zettel geschickt, obwohl er ihn mir auch einfach im nächsten Kräuterkundeunterricht hätte geben können. Das war sehr romantisch. Neville wurde etwas unruhig. Er begab sich ungerne aus seiner Komfortzone, es recht nicht emotional. Und auch wenn Luna diese emotionale Geste von ihm zu schätzen wusste, fühlte er sich sehr angreifbar. Ah, ich, äh, ich hab mich nicht getraut, dich zu fragen. Luna schien sichtlich überrascht. Aber warum denn nicht? Ich glaube, wenn du Nein gesagt hättest, dann wäre die Situation sehr unangenehm gewesen. Aber war es jetzt nicht so viel unangenehmer, nicht zu wissen, ob ich kommen würde oder nicht? Neville überlegte, konnte aber nichts sagen. Ja, es war wirklich für ihn eine lange Nacht und ein langer Tag gewesen, zu dem er gestern Abend die Eule mit seinem kleinen Zettel zu ihr geschickt hatte. Die Stunden wollten einfach nicht vergehen und das Gefühl der Unwissenheit und der Aufregung hatte ihn den ganzen Tag über gequält. Wäre es nicht viel schlimmer gewesen, wenn du nach hier oben gekommen wärst, mit Vorfreude und Hoffnung und niemand hier gewesen wäre? Neville schluckte. Ja, davor hatte er wirklich panische Angst gehabt und Luna hatte absolut Recht mit dem, was sie sagte. Das stimmt, aber dann hätte mich niemand dabei gesehen. Aber ist das nicht egal? Die Gefühle sind ja trotzdem in dir und selbst wenn du sie vor der Außenwelt verstecken kannst, spürst du sie dennoch. Wieso sich unnötig emotional quälen, wenn man es einfacher haben könnte? Es kommt doch auf dich und deine Gefühle an, nicht auf andere. Wieder einmal bewies Luna, weshalb Neville sie so sehr mochte. Viel mehr mochte, als alle anderen Mädchen und Frauen an dieser Schule. Du bist so im Einklang mit dir selbst, Luna, als hättest du den Sinn für dich im Leben gefunden, als hättest du dich selbst gefunden. Du scheinst so viel schlauer und so viel weiter zu sein, als jeder, den ich kenne. Ich bewundere dich für deine Art. Sehr, das, äh, ich will, dass du das weißt. Oh, danke, Neville. Das ist richtig lieb von dir. Es herrscht eine kurze Stille zwischen den beiden. Ich find's richtig schön, dass du mir die Eule geschickt hast. Und das Pergament. Es hat meinen Tag erhellt und mit niemand anderes würde ich hier oben lieber sitzen, als mit dir. Neville's Gesicht strahlte durch Lunas Worte mit dem Mond über ihnen um die Wette. Er hatte das Gefühl, als wären sie die gleiche Art von Mensch, beide von der allgemeinen Gesellschaft belächelt und trotzdem mental so stark wie viele ihrer Mitschüler, die sie ärgerten und hänselten, es niemals sein würden. Und er wusste, egal ob nun als Partnerin oder als beste Freundin, mit Luna an seiner Seite würden sie gemeinsam alles überstehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020